Liebe Leserinnen und Leser, bald starten wir unsere Sommerserie einquartiert. Für diese besuchen wir sechs Quartiere in der Region. Hier ist schon mal ein kleiner Einblick. Oh, Andrea! Oh, jetzt bin ich erschrocken. Toll ist die Pise. Gut, treffe ich dich hier an? Ja. Ich habe keine Eier mit. Hast du keine Eier? Ich schaue gerade, ob ich noch etwas habe. Hast du Glück? Ei, ei, ei. Bei uns im Quartier gibt es allerlei. Bunt gewürfelt, das sind wir. Heben zusammen, heute mal und für immer. Ich hoffe, dass es nicht mehr geht. Bei uns im Oberdorf Rhein fühlen sich alle schnell zu Hause. Aus zwei nach ein Quartier. Das Unterdorf Grundmatt in Etiswil. Wir sind spontan, innovativ, fasnächtlich, maturverbunden, sportlich verrückt und manchmal auch etwas crazy. Habe ich zum Backen? Mal kein Ei. Hat die Nachbarn sicher eins zu Hause. Für dich haben wir eine coole Geschichte. Liss doch in Betu unseren Bericht. Flindengarten, unsere grüne Oase für mehr Wohngefühle. 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 Was zeichnet unser Quartier aus? Ist es die grüne Baumallee hier hinten? Nein, es sind unsere individuellen Menschen mit ihren Stärken, die hier zueinander schauen, die nebeneinander wohnen, miteinander und füreinander sind. Wir sind bekannt dafür, dass wir einander die Hand reichen. Schneide Bauernquartier, wo jeder für einander da ist und keiner alleine muss. Du bist du in Betu. Wir sind am Stärken. Du bist du in Betu. Wir sind live in Betu. Wir sind angekommen. Wir sind an den Berg. Danke, danke.